Die Nummer 4, Wishborn X-Kit, den haushohen Favoriten in dieser Prüfung. All die, weil dieses Pferd in Deutschland bei allen Starts bislang ungeschlagen ist. Ein einziger Versuch in Schweden ging direkt schief über die Kurzstrecke. Heute auch Kurzstrecke. Also von 6 Starts gewann Wishborn X-Kit 5 Mal nach dem Motto, wie hätten sie es denn gerne. Insbesondere in Dienstlagen waren die Leistungen bärenstark, aber auch zuletzt in den Niederlanden. In 17.0 mit, als klarer Favorit, John DeLeo. Noch 50 Meter bis zur Startmarke und Start. An der Innenseite war Schöppling Bugia, versucht die Führung zu verteidigen. An der Außenseite... 10 und 10. Laura Bugaheide an der Außenseite greift an und zieht vorbei. Laura Bugaheide war Schöppling Bugia. Wichborn X-Kit ist in dritter Position, mit Abstand Kahn-Zoi-Way. Dahinter Sophia Divine. Die Fede bereits in der Schlussrunde im Esla-Bunken. Alles unverändert. Laura Bugaheide führt an der Außenseite. Zieht Wichborn X-Kit auf. 15.3 war die erste Zwischenzeit. Die Gegenseite ist erreicht. Wichborn X-Kit an der Außenseite, stürmt nach vorn. Wichborn X-Kit an der Spitze. Laura Bugaheide in zweiter Position. Dahinter sieht man Wichborn Bukia. Der Rest schon einige Längen zurück. Angeführt von Kahn-Zoi-Way. Es geht in den Schlussbogen. Wichborn X-Kit mit wachsendem Vorsprung. Noch 500 Meter. 13.0 die zweite Zwischenzeit. Es geht auf die letzte Ecke zu. Wichborn X-Kit. Sicher voraus. Dahinter auf dem zweiten Platz Laura Bugaheide. Dann in dritter Position war Schöppling Bugia. Die Wien-Ressil gerade ist erreicht. Acht. Rot. Acht. Wichborn X-Kit ist vorn. Wichborn X-Kit dahinter. Wichborn X-Kit ist überlegen. Nicht zum Eindrucken. Wichborn X-Kit auf dem zweiten Platz. Laura Bugaheide wird dritte. Dann Kahn-Zoi-Way. Und Außenweg Darmarik. Die letzte Zwischenzeit. 16.1. Kommenden Sonntag. Wir beginnen um 14 Uhr. Seien Sie bitte pünktlich zur Stelle. Sieger im zehnten Rennenpreis von Blankenheim. Wohnte die Programm Nummer 4 Wichborn X-Kit. Im Besitz der Holland TTS BV. Trainiert von Maria Porte und gefahren von Peter Pöhn. Für Wichborn X-Kit eine weitere Sieger Rosette. Die Glückwünsche gehen an Peter Pöhn. Und bei der Sieger Parade Ihren herzlichen Applaus bitte. Wichborn X-Kit und Peter Pöhn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020